Lilith Games hat für ihr neues Spiel, was ja bis jetzt noch in der Beta-Phase ist, ein richtig dickes Update rausgehauen. Es gibt einige Veränderungen, es gab ja jetzt auch schon etwas länger mehr zu diesem Spiel kein Video auf meinem Kanal. Das liegt halt einfach daran, dass ihr das Spiel ja auch selber noch nicht spielen könnt. Aber mit diesem Update haben sie echt einiges geändert. Wir stellen uns natürlich gemeinsam die Frage, ist das Game eventuell auch schon releasebereit? Da können wir ja auch gerne nochmal in den Kommentaren zusammen diskutieren. Wir schauen uns auf jeden Fall alles an, was sie geändert haben und ja, vielleicht könnt ihr euch dann ja auch schon mal ein bisschen mehr auf das Game freuen. Die erste Sache, die mir persönlich direkt aufgefallen ist, ihr seht ja, wo wir hier rumlaufen und ich habe das Gefühl, dass man aus einer anderen Perspektive auf das Game hier schaut. Man kann halt auch ein bisschen raus und man kann auch komplett raus und dann hier in diese ganzen Kapitel rein und sich das Ganze anschauen. Hier haben sie das übrigens auch neu gemacht unten, dass man hier von links nach rechts swipen kann. Ja, und dann auf die ganzen Kapitel eben drauf gehen kann. Kapitel 4 wurde übrigens auch neu hinzugefügt mit dem Update heute. Ich war nämlich schon fast ganz am Ende dran gewesen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine der Sachen, die mir auffallen. Aber wenn wir jetzt auf die AFK Challenge gehen, war es ja damals so, dass es so aufgebaut war wie in der AFK Arena, dass man dort Kapitel 1, 12, 2, 16 und was, was ich hatte. Jetzt wurde das zu, ihr seht es hier in dem Fall, Stage 234, 35 und so weiter geändert. Also so wie ein normaler Königsturm. Zu den Sachen Fraktionsturm, da kommen wir gleich auch noch mal, denn da gibt es auch neues Update. Da gehen wir gleich auch noch mal gemeinsam rein. AFK-Belohnungen hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich kann hier noch einmal gratis die Instant-Belohnungen einsammeln, die kosten 400 Diamanten. Sonst normalerweise kann man zweimal machen. Hier hat sich nichts geändert, aber auch in dem kompletten Menü, was wir hier unten rechts und generell unten in der Mitte und sowas sehen, da hat sich einiges geändert. Also den Punkt Mystical House, Everlight und die Halle, die hatten wir vorher auch schon. Der Punkt Gilde wurde von hier rechts oben nach unten verzogen. Und wir haben hier ganz rechts in der Ecke einen komplett neuen Punkt. Ja, ich würde mal sagen, denke ich mal, der Main-Punkt, worüber man auf das Spiel zugreifen wird. Denn hier hat man alles. Hier hat man den Punkt Events, man hat den Shop, man hat Quests, Inventar, Mail, Guide und so weiter. Also von hier aus kann man eigentlich auf alles zugreifen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was hier überhaupt ist. Denn auch hier wurden halt generell auch neue Sachen hinzugefügt, wie zum Beispiel ein Event, was jetzt auch gerade läuft. Was wir dann auch wahrscheinlich, wenn das Game released wird, auch das eine oder andere Mal bestimmt haben werden. Also erstmal Noble Path, Nobler Weg heißt das, glaube ich, übersetzt, ist so wie eine Art Battle Pass. Ich habe hier auch schon ein paar Belohnungen eingesammelt. Hier gibt es auch welche von diesen Epic Invite Letters, rote Schriftrollen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Also verschiedenste Belohnungen. Dafür gibt es Quests, die man abschließen muss. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und kann somit halt ja weitere Belohnungen einsammeln. Man kann sich diesen Pass natürlich auch kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man dafür genau draufklicken muss. Ah ja, genau. Hier oben einmal gibt es das Ganze für 24 Euro, einmal für 12 Euro. Aber ich denke mal, darüber brauchen wir jetzt noch nicht reden, da das Game halt ja auch noch gar nicht irgendwie released wird oder so. Aber der teurere Pass umfängt eigentlich eh meiner Meinung nach mehr so Kosmetik. Ihr seht es ja eingeblendet. Also das sind meist eh nur Charaktersachen. Okay, wir haben ja diese antiken Coins und diese Epic Invite Letters. Aber bei den billigeren bekommen wir eh 20 von denen. Also finde ich, ist schon ganz fair gemacht. Müssen wir einfach mal gucken, wie sich das in Zukunft so verhält. Dann haben wir hier einmal den Punkt Journey Gift. Ich glaube, das ist sogar dieses Event genau. Also das ist ein No-Limit-Time-Event. Also ich denke mal, dass es eventuell dann auch zum Release direkt uns erwarten wird. Hier bekommt man insgesamt 25 von diesen Epic Invite Letters oder Schriftrollen, wie man es auch immer nennen möchte. Man bekommt hier ein bisschen XP, eine Kiste mit ein bisschen Ausrüstung und hier nochmal ein bisschen Futterhelden. Und am letzten Tag bekommt man eine Gratis-Kopie von Iron, was auf jeden Fall auch ganz nice ist. Den besitze ich aktuell nicht, deswegen packe ich den auf jeden Fall auch gerne in mein Team. Ja, wie gesagt, dieses Punkt Event, da kommen wir jetzt auf das Event, wo wir gerade waren. Aber ich denke mal, hier rechts unten sind halt auch noch ein paar Slots frei. Wir kennen es ja auch aus AFK Arena, da laufen teilweise 5, 6, 7 Events gleichzeitig. Das wird dann hier wahrscheinlich so sein, dass man da auch einzeln draufklicken kann. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ganz nice gemacht. Dann haben wir hier den Echtgeld-Shop. Hier könnt ihr euch Sachen mit Echtgeld kaufen. Das funktioniert tatsächlich auch schon für die Beta, da dieser Server dann irgendwann, so wie ich es verstanden habe, zu einem Test-Server umfunktioniert wird. Also ihr werdet da keine Nachteile haben oder so im Vergleich zu denjenigen, die das Game jetzt schon spielen, wie ich zum Beispiel. Also ja, das wird dann später höchstwahrscheinlich der Test-Server sein. Hier könnt ihr euch ja ein paar verschiedene Sachen kaufen und so weiter. Den Punkt Quests gibt es natürlich auch. Das sind auch zwei neue Sachen, die hinzugefügt wurden. Es gab natürlich schon die Daily-Quests und es gab natürlich auch schon die Weekly-Quests. Jetzt gibt es hier einmal den Punkt Growth Path. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hier gibt es auch Belohnungen. Ihr seht es zum Beispiel Helden-Level, Resonanz auf Stufe 80 bringen und so weiter. Verschiedenste Sachen und da bekommt ihr auch dann einiges und auch gute Belohnungen. Und dann haben wir hier nochmal die Trial-Belohnungen. Das gab es vorher auch schon. Besitze 23 Helden, dann bekommt ihr 100 Diamanten und so weiter. Also verschiedenste Quest-Belohnungen, die es gibt. Den Punkt Inventar, den kannten wir vorher auch schon, aber auch hier können wir drauf zugreifen. Mail können wir auch drauf zugreifen. Und es gibt hier den Punkt Guide. Das heißt vor allem für euch, wenn ihr das Spiel dann irgendwann mal neu startet oder generell, wenn das Game dann released wird und ihr halt einfach von vorne mit diesem Game beginnt, dann bekommt ihr hier auf jeden Fall so einen kleinen Guide, wo ihr euch Sachen durchlesen könnt, die euch am Anfang auf jeden Fall ja helfen sollten, hier besser klar zu kommen mit dem Spiel. Also auch das ganz Neues gemacht für neue Spieler. Dann hier Noble Path, da waren wir ja gerade schon drauf gewesen. Emporium haben wir auch. Das ist der Shop, wo ihr euch mit Ingame-Währung Sachen kaufen könnt. Also ganz normal mit Diamanten und Goldmünzen. Das gab es vorher auch schon, aber auch hier wurde ein neuer Store hinzugefügt. Und zwar in dieser Store hier kann man sich auch Schriftrollen kaufen oder Epic in White Letters oder in White Letters, wie auch immer man es nennen möchte. Aber man kann sich auch Futterhelden kaufen, wie man hier sieht. Man kann sich aber auch S-Level-Heroes kaufen, wie zum Beispiel einen Iron oder einen Igor. Sowas auf jeden Fall auch ganz, ganz nice gemacht. Und hier sind random S-Level-Hero-Seelensteine. Okay, also auch das ganz cool gemacht. Die gab es vorher, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht im Game. Punkt Freunde gab es auch schon. Dann können wir hier noch auf den Punkt Modes zugreifen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und Collections. Hier kann man sich dann alle Helden im Spiel anschauen, die es gibt. Es gibt auch übrigens einen neuen Helden. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar ist das dieser Held hier. Temesia. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche von den Werten her. Physical Damage ist ein Tank, Lichtträger. Und die Range beträgt eins. Hier können wir uns den Helden auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen näher anschauen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus hier mit seinem Pferd. Die Rüstung sieht alles ganz schick aus. Wie ein klassischer Lichtträgerheld, würde ich einfach mal sagen. Die ganzen Gegner im Spiel können wir uns auch anschauen. Den Punkt Mechanismen. Weshalb ich auch finde, dass das Game sehr viel Potenzial hat. Denn es gibt zum Beispiel sowas wie einen Eiswerfer, einen Flammenwerfer, exklusive Fässer und so weiter. Also da gibt es echt noch geile Sachen. Das könnte, denke ich mal, sehr, sehr interessant werden. Und ja, das auf jeden Fall zu diesem Punkt. Nur hier rechts unten erstmal. Dann haben wir hier das, wo wir gerade schon draufgegangen sind. Hier haben wir halt den Punkt Modes, wo wir direkt zugreifen können. Auf AFK Challenge, Arena, Labyrinth, Dream Realm, Battle Drills und Legend Trial. Legend Trial neu hinzugefügt seit dem Update heute. Da gehen wir gleich schon mal drauf zu. Aber ihr seht natürlich, glaube ich, schon, was es sein könnte. Und zwar sind es natürlich die Fraktionstürme. Und das finde ich richtig geil, dass sie die dann auch zum Release, oder zumindest ist es halt jetzt in dem Game drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt noch rausgenommen wird, direkt auch Fraktionstürme geben wird. Sehr, sehr geil. Und dieser Punkt hier unten ist ja schon so wie der normale Fraktionsturm. Das haben sie ja ein bisschen geändert. Also auch ganz geil. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal auf den Punkt Everlight. Und ja, gehen einfach mal nach hier hinten hin, denn hier haben wir den neuen Modus. Ich weiß, wir können auch so drauf zugreifen, aber ich würde sagen, wir laufen hier einfach mal hin. Da sie das hier natürlich auch neu gemacht haben, Legend Trial. Und hier können wir sehen, dass wir jetzt vier Fraktionstürme haben. Einmal natürlich Lichtträger, Wildvolk, Grabespros und natürlich die Reißerhelden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Momentan gibt es auch nur 80 Stages, sage ich mal, erstmal für jeden einzelnen Turm. Und gehen wir mal rein und das sieht wirklich schon sehr, sehr cool aus. Haben sie echt nice gemacht. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich halt jetzt hier die ganzen Mauler-Helden, so wie wir es natürlich aus AFK Arena kennen, die ich jetzt erstmal nur spielen darf. Satrana. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal mein hochgeleveltes Artefakt mit. Das sind auch alle Artefakte, glaube ich, die es aktuell gibt. Und dann können wir ganz normal reingehen in den Fraktionsturm und hier die Gegner besiegen und verschiedenste Belohnungen einsammeln, was auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Also auch da gibt es einen Daumen nach oben von mir. Hier wechselt das Ganze natürlich dann auch täglich, so wie wir es aus AFK Arena kennen. Die Belohnungen, die haben wir hier auch nochmal eingeblendet. Ich denke mal, mit jeder Stage, die wir abschließen, gibt es dort verschiedene Belohnungen. Kampfstatistiken haben wir hier natürlich auch noch. Also auch das auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Hier gibt es dann auch diese Futterhelden und so. Und man kann hier halt auch weiter hochgehen. In dem Fall kann ich jetzt bis zu Stage 7 gucken, was mich da so erwartet. Also optisch auf jeden Fall echt ganz, ganz nice gemacht. Und man kann ja anscheinend auch noch sehen, wann das Ganze geöffnet ist. Also wir haben den Lichtträger-Turm montags, freitags, sonntags und so weiter. Also ihr könnt euch das ja alles durchlesen. Echt ganz nice gemacht. Also wirklich, man muss sagen, ein sehr, sehr dickes Update. Und ich weiß gar nicht, ob ich bei den ganzen Sachen hier auf jeden Fall irgendeine Kleinigkeit vergessen habe. Ja, also Leute, ich denke mal, man merkt auf jeden Fall, dass das hier ein dickes Update ist, was sie hier ja zu AFK 2 Journey oder AFK Journey rausgehauen haben. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Und ja, ansonsten zu der Frage, ist das Game bereits release bereit? Ich würde sagen, man sollte natürlich schon noch ein bisschen abwarten. Vor allem jetzt auch nach diesem Update, um zu gucken, ob da noch irgendwelche Bugs oder so auftreten. Aber ich sag mal so, rein von den ganzen Game-Modes und sowas her, könnte ich oder würde ich schon sagen, dass man das Game releasen kann. Aber ich sitze natürlich nicht bei Lilith Games. Ich kann da natürlich nicht irgendwie sagen oder in die Probleme reinschauen, die sie eventuell noch mit dem Game haben. Aber an sich fühlt sich das Game auf jeden Fall nice an. Es ist flüssig. Die Grafik wird auch gefühlt irgendwie ja immer ein bisschen besser. Auch man hat jetzt eine andere Sicht beim Laufen auf die Helden und so, weshalb das nochmal ein anderes Feeling generell bringt. Und ja, ich bin einfach mal mega gespannt, was uns dann so in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erwarten wird. Vielleicht kommt das Game ja noch dieses Jahr raus. Man weiß es nicht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ich irgendwas hören sollte. Und wenn ihr Bock haben solltet, ihr könnt es mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich dann ja auch in den nächsten Tagen irgendwie ein Opening oder sowas machen. Denn durch dieses Update habe ich auf jeden Fall ja ein bisschen was an Belohnungen erhalten und so weiter. Beziehungsweise an Schriftrollen, Diamanten und so, die wir ja gerne öffnen können. Also ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten werde ich einfach mal schauen, wie ich es mache. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.